sie Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Infamous First Light letztes Mal waren wir in der Kampf-Arena und da war es nicht so toll und jetzt müssen wir als nächstes zu einem also auf ein Neonschild, also das hier auf das Neonschild und ihm ein bisschen Neon entziehen Okay du faules Neongas, dann mach dich mal nützlich und jetzt müssen wir ein bisschen äh Neongas sammeln, damit wir besser werden Was für ein Kick So, dann und dann müssen wir mal ein bisschen Neon nachziehen Okay, ich brauche so viel Feuerkraft, wie ich nur kriege komisch die schmecken gut Oh, ein großes Ich denke mal, wir können auch mal unsere ein paar Upgrades vornehmen Zum, wie haben wir? 4, da können wir, was ist das, erhöht die Neon Energiekapazität oder Nahkampf-Finisher Wenn ein Gegner in Reichweite ist, springen Sie mit ähm Dreieck auf ihn zu und lösen Sie einen schweren Angriff aus Siegen Sie einen Gegner mit einer normalen Nahkampf-Kombo werden die Finisher-Angriffe wieder aufgeladen Wir nehmen mal, wir nehmen erstmal erhöht die Neon Ne Neon Entzug Kapazität ein So, dann wollen wir mal dieses Neongas einsammeln, was so abhaut Diese Wolken machen mich schneller als ein Blitz Du leckerer Neon-Riese Dich schlucke ich im Ganzen Komm her, Dicka Okay, der ist sehr schwer, da müssen wir ein bisschen Also ich brauch da mal ein paar Einläufe wieder Was? Ich hab das immer nicht beim ersten Mal geschafft Ich bin schneller als der Wind Okay, wir haben ihn War doch nicht so schwer, man muss einfach nur Ich hab einfach nur jetzt ein Ding da verpasst Fortschritt In diesem Viertel wird die in der Legende rechts angezeigt Schließen Sie die Sekundärinhalte auf der Karte ab Um Fertigkeitenpunkte SP für Upgrade zu erhalten Ja, dafür müssen wir die Lumenrennen machen Okay, also kommen die Akkulats zu mir Wo ist Brent? Spricht keiner von euch unsere Sprache? In dem sie Gegner besiegen, bauen sie Energie für einen Spezialangriff auf Okay, Arschgegen, los geht's! Sobald sie genug Gegner besiegt haben Warum können sie eine Neon-Singularität auslösen? Na, dann machen wir das mal Das wir dann hier, Idiot! Haha! Fettschädchen, meine Fühler haben gerade etwas sehr interessantes Befinden Oh man! Also, die Akkulats erwarten in Kürze ein Arsenal von Waffen Du hilfst mir sie zu stehlen und in weniger als einer Stunde schicke ich 50 bewaffnete Männer auf die Suche nach Brent Toll, danke! Und lass das mit diesen Fühlern, schon geschnallt Widerlich du stehst drauf, lassen wir es hinter uns Also wirklich, du musst wissen, dass manche Frauen mich unwiderstehlich finden Klar, für genug Geld Ja, dann gehen wir mal zur nächsten Aufgabe Kümmel Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020